Ja, aber Yau, G-Bounds. Immer noch wieder. Und überhaupt, da am Start. What remains of Edith Finch. Sind wir dran. Kann man runtergehen? Nein, kann man nicht. Gut, wir gehen weiter. Was ist das? Hm. Strange, ja auch was. Wir gehen weiter. Oh ja, da haben wir ihn. Und hopp! Die Speise hat, das ist gut, das ist immer gut. Ok, jetzt sind wir da, Grossmutter. Sie könnte auch sagen, dass er eine dragon-shape Slide gebaut hat. Sie könnte, aber sie hat nicht. Ja! Dragon kills Finch, ja. Tragedy strikes. Again, oder was fällt da hin? Alright, mies. Ich glaube, da kann mir nichts passieren. Wir sind vor, dass hinter mir etwas kommt. Ok, da kommen wir rein. Was haben wir da noch? So. Da haben wir vorhin reingeschaut. Ok, aber das ist, eben dort, geht dann wieder die Story los. Darum hätte ich jetzt behaupten, mich zu verstehen. Geil. 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 Ja. Wunderschön. Schöner Spiegel haben wir da. Geil. Da ist was. Haben wir den Schlüssel noch? Ah, das ist aber wieder ein Ding, hm? Sind wir den Keim gegangen? Da ist es ein Geheimnis. Oh nein. 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 Also da rechts, natürlich mit dem Helden. Da bin ich jetzt gerade, oder? Es ist nicht in dem Kapital. Es ist in diesem Buch. Wie geil ist das, Mann? Es ist mega geil gemacht. Nein, ich gehe noch nicht rein. Hätte ich dort noch das Führerbüchchen angeschaut? Scheisse. Kann ich da jetzt wieder zurück oder nicht? Ja, kann ich. Geil. Gut, da gehen wir nachher weiter. Aber eben, ich habe nicht gebrockt, um dort wieder etwas verpassen. Da ist verschlossen. Stuhl in der Wadwaller, ja. Gemütlich, so kann ich es auch gerne. Aber wir haben eben erwähnt, dass wir ein bisschen anschauen, oder? Ich habe gemeint, da geht es. Ja, weil das ist im Odin seine Story, dort würde es weitergehen. Darum würde ich sagen, machen wir da mal. Wenn es denn so ist. Seit 100 Jahren, die Finches haben in Norwegen über ihre Fortun und Missfortun. Das war's. Ich habe mich. Aha, eben. Ja. 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 In 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. All right, that's boss. What is wrong with this family? It goes back a long ways. Yeah, close the book. Also ja, sie sind untergegangen, also das Haus ist untergegangen und Odin hat es nicht überlegt. Die Tochter und ihre Ehe Majore und die haben dann hier die Familie weitergeführt, so zu sagen. Also, dann sind wir jetzt ready, um da weiterzugehen. Hätte ich gesagt. Gut. Eine Dunkelkammer. Okay, das ist die Schauklau, die wir gesehen haben. Hier unten durch. Melden. Ja. Wo haben wir jetzt die? Das wird gespeichert. Wo sind wir? Mal schauen, da oben. Es könnte sein, dass das weitergeht. Fort Kelvin, ja, da ist die Kelvin die Ehe gewesen. Aha, wie geil ist das? Enttraut, wenn man klein ist. Enttraut, wenn man klein ist. Okay, was haben wir, was haben wir, was haben wir? Okay, der Sam hat einen Zwilling gehabt, und zwar der Kelvin und der, sieht so aus, als wären er 1961 gestorben. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall haben sie keinen Strich mehr gemacht, wie gross das so gewesen ist. Ja, 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 ja. Was? Bis 68. Gott, der ist auch nicht alt geworden, oder? Ja, der Familie flucht. Das ist, ja, ja, das ist böse, das ist böse. Okay, wir gehen jetzt mal zur Uhr. Gucken! Ich glaube, mein Vater nicht mehr ließ Geschichte, als meine Mutter ließ. All right. How I want to remember my brother, by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Oh. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again, and he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam, Calvin, get us ready. Coming! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. To fly? Let's do it again. I told him going around was impossible. Okay. Maybe if I hadn't said that. Maybe if the wind hadn't picked up. Maybe if the wind hadn't picked up. Maybe if he could still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. It could still be in his mind. Oh, oh. That's what I want to remember about my brother. Tschüss! Und rundum. Was ist das? Oh oh! Oh oh! Ja ja, so war das. Kleine Kelvins geflogen. Also es ist jetzt doch irgendwie eingefahren. Also wenn ich jetzt... Ganz kurz hat es mich so ein wenig... Aber sonst ist eigentlich nicht viel passiert. Also die Story ist kurz. Er ist einfach dort im Gears und dann ist er irgendwie vorne heruntergelogen. Die Hälfte, ja. Das wäre das. Okay. Da ist der Sam. Die Hälfte hat sie abgesperrt. Ja und jetzt komme ich da raus. Weil da oben geht es nicht weiter. Es ist voll geil, das ist sicher. Ähm. Muss ich wieder zurück? Will Eberhard oder da? Ahui. Oh Gott, das bringt ja mal hinter. Haben wir da noch etwas? Du 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 du. Ähm. Nö, hm. Es geht nicht. Geht nicht weiter hier. Was haben wir dann noch? Also ich weiss es nicht. Aber ich glaube ich muss zu. Ah nein, da schau. Ah. So geil. Tschüss. Zieh den Hebel. Oh Ufa. Oh Gott. The passages were a pretty tight fit. Uh huh. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Ja und da. Und jetzt haben wir da. Ah. Ja ich weiss es geht nicht weiter. Alright. Shortcut. Das ist gut. Das ist gut. Mmh. Mh. Der Milson ist da irgendwie überall so ein bisschen durchgekochen immer oder? Kann das sein? Growing up. I always thought of Barbara as a child star. Kinder Star. Da sind wir also bei Barbara. Rad Rad. Ah nein. Nein nein nein. Habe ich nicht wollen. Habe eigentlich nur wollen. Ab gemeint ich könnte da irgendwie zu machen oder sonst wasser. Okay. Was haben wir da? Jetzt ist voll der Bigfoot. Also da im Film gewesen. Voll der Star. My Friend Bigfoot. Jetzt gehen die Puppen geben von ihren... ...Dellen. Ja. Und Fanbriefe. Ein Schrein. Oder? Ja. So etwas. In der Art ähm... Ja. Okay. Wir gucken. Wir gucken was es hier hat. Da. Ist eines. Danach. Ja. Nach was? Nachdem sie nimm... Gefeiert worden ist. Ähm. Eben da. Heft. Da ist es sicher Story. Aber wir schauen mal. Happy Birthday. Hat sie geraucht. Mit... Wie alt? Mit wie alt hat sie geraucht? Wie alt ist sie geworden? Steht das irgendwo? Steht das nicht? Ich weiss es nicht. Aber wir finden es schon aus. Oder? Da. Da. Ja. Okay. Okay. Echt zähne. Kann man rauchen. Ja. Im Zimmer. Weiss nicht recht. Aber ja. Also. Geht los. Oder? Wissen ihr was? Es tut mir leid. Oh es muss jetzt auch hören. Ähm. Ja. Es wird es nachher noch zu lange und das wäre auch blöd. Jetzt ist es so kurz. Aber hey. Dafür wartet etwas. Nächste Folge. Ja. Also bis dann. Bis denn. Ciao. Barbara wartet. Bis dann. Vielen Dank.